das ist ein Wunsch das ist ein Wunsch Hitler kann man die besten Witze machen ich meine nein 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 verstehe Leute es war nur eine sozusagen Person man darf auch über die reden ja irgendwie schon nicht auf ewig verschweigen wie wir sind nicht ja weiß ich halt nicht wie Elvis Elvis ist ja nicht wirklich schlimm wir haben ein Dreierteam bei uns oh das läuft wir werden uns also wieder belatten wir müssen gegen Coca-Cola kämpfen und und ich mal Striche Moppen mit Tagrepp ja hört sich irgendwie japanisch an in Chantess und der Teampick schon wieder zuerst aber war halt nicht Radiant Sin oh mal gucken wir wieder der erste bin das war ja einmal ein Fail weil Aralis essen musst du Aralis? du hast ja gerade Aral weil Aral 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 wenn er essen gehen musste er ist rausgegangen während dieser Auswahl aber wir haben keine Spiele bekommen das ist gut das ist eigentlich sonst kriegen wir 10 oder so ich hätte 6 bekommen wenn ich es in der E-Mail hätte ich werde ihn auch gleich raushängen ja ich hab Jan ja wir haben wieder geschildert ich drück so ganz schillig so klick klick cool dafür müssen wir jetzt die ganze Zeit jetzt abwarten wirklich? ja die Zeit die da oben steht ja Team wir haben schon wir müssen jetzt warten also haben wir uns nicht wirklich geil verbaut hm ich brenne ich sterbe jetzt schnell alle kleine Dinge in der PR ich dachte du wolltest umgehen das war ich bin in den Jungle ja na ein bisschen tust du nicht aber du kannst halt Creeps machen für dich das heißt für mich Jungler eigentlich ne das die Russen sind komm komm das hab ich schon so oft gelesen das hab ich schon so oft gelesen dann noch genau wird gut stimmt schon vorletzt eine geile dunkle japanische Stimme jopa ich bin ja dann noch frage sind alle zeichen r fragezeichen pk pk in englisch rein k z das ist ein russisch r 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 und sie die kugeln eines bürzeln die auch hier ist gut der kostenlosen mit angriffstempo und oder 140 meine kugeln können die verringern aber auch das in krägert ich war die in die zeit ich habe den kurier gekauft und wer den kurier gekauft wir werden hier redet morfling im hoffling nicht solle ich jetzt in ihren noch nicht noch nicht der und die also das ist jetzt der gegnerische ganze team außer dich und gehe ich jetzt einmal in den jungen oder wird ich weiß nicht da musst du wissen ich komme einfach zu dir ich snack mir die runde weg ich versuche das runde weg zu snacken weder hoffentlich ist er die bounty runde ich mag die irgendwie mit so einem kleinen Geld muss in der Fonds muss am Anfang sein muss ich heißen so nach dem Kunko Kronka er hat eine Schöne mit allen Säulen Fremdung im Großen Jahr in seiner Ausstattung K machte also wurde K der Sturm mehr für die wer ist der Blatt Prozent das war mein und um 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 ein Schwanz im Diskurs nur beim Vogel heißt es schon weiter vor Ort und zu führen Ich nenne es Schwanz. Schön Deutsch. Schwanz. Schwanzhörde. Was ist mit der los? Mit dem? Mardertrank. Hey. Haha. Den mach ich noch nicht. Ich glaube, richtig cool, was wir sehen. Ich habe ein Match mal zugeguckt, Freunde. Auf gar was. Lukan kann übelst cool sein mit seinen Wolfen. Wenn die unsichtbar sind. Er macht dir erst einen Runen hin. Wenn da einer vorbeigeht. Dann sind sie halt immer noch unsichtbar. Ja, kurz. Erstmal los. Und dann drückst du diesen Wolf auf den. Der läuft den ganzen Zeit hinterher und er merkt das einfach nie. Ist sozusagen ein laufender Wort. Instant hinter dem. Er könnte zwei Spiele so aufdecken. Instant. Außer er geht halt am Tom lang. Wenn du wirst, wie du meine. Ich weiß, ich glaube, du bist nämlich so sücht. Nicht wirklich. Irgendwann markt das, wenn ich noch kriege. Ich kriege den ja noch. Eh mal. Mindestens eh mal. Meiner. Ach, ne, meint nicht noch mal. Meiner. Wieso machst du ja nicht noch mal? Du brauchst unbedingt als erstes diesen Lebensregenerationen-Ring. Diesen einfachen. Den Wut an sich. Ja, der ringt hoch, ja. Oder ich mach einfach meine Irrwischlinge da. Ne, ne, noch reich ist nicht nötig. Ich mach mir jetzt zuerst den Boot. Ich bin so unglaublich kacke. Im Lasten. Einzige, was die machen können, ist, äh, der Pfeil festhalten oder an die Mage dein Ulti. Ne, noch haben sie das nicht. Weil, dich können sie nie angreifen. Doch, jetzt noch, ja. Ja, noch, noch, nie noch. Was ist denn jetzt cool? Wenn wir, am Freitag kommt mein Zimmer dran her. Mein Spielstelle neben mir. Ah, mein PC bleibt noch drinne. Er steht auf dem Boden, denn. Das Internet nutze ich noch mal so einiges, oder? Ja, das glaube ich. Ja, da kann man immer noch skypen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Boden Dota socken kann. Ja, muss ja nicht. Ich glaube, ich kann nur Darkseid spielen mit Controller. Der Dinger, der auf dem Boden ist. Aber brauchst du noch ein Kissen? Das hast du ausgesucht. Echt, Zosky? Ah, greif mich an. Oh. Ich mach doch nicht. Ich muss mal was Mana oder so verbrauchen. Ja, wieso? War ich ein Slot? Äh, Braucher. Na, wir sind voll. Na, komm mal zu mir. Dann kann ich ja durchziehen. Ja, ich hab den Ring geholt. Äh, nicht den Ring. Den Stock. Ich hab jetzt den Regenerationsbut. Das läuft. Ich war sowieso voll mit Mana. Sie hat ihren Pfeil verschwendet. Das ist so ein Arschloch. Was sie sehen, einmal meine... Ich bin gleich wieder da. Ach, wenn der Runde. Äh. Ich hab ihn fast gegendowert. Ne, ne, ne. Mein Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Ach. Jetzt warte ich. Bist du am Greifsteen? Ach. Ja, aber ich hab nicht gekauft. Das ist erstmal ja. Ganz geiler. Nee. Endlich mal Bäume essen. Ja, ich bin auch voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lass mir dann weiter den Stock kaufen. Oh, ich kann mir den Stock kaufen können. Ich hab die Iron Branches verkauft. Wirklich? Ja, um die, äh, um den Boot zu kriegen. Weil ich voll bau. Du hast den Boot schon? Ja, ja. Ja, ich bin ewig. Jahre. Ich treff die einfach immer. Da macht doch unglaublich keinen Schorn. Das doch geht, wenn du voll machen würdest. Ja, klar. Mann. Ah, du kannst das aber im Gegnerteam. Ja, die habe ich auch gerade erst gemerkt. Oh, wir haben noch kurz den Main, Mann. Ach stimmt, deswegen bin ich insinnvoll. Ah, ich hab mein Trinken vergessen. Echt nicht? Nee, ist vorhunger. Ich meine, ich ertrinke. Ja, ich ertrinke, weil ich kein Wasser hab. Also, sagen wir das immer. Ja, ich weiß. Das hab ich ja jetzt auch gemacht. Seitdem ist er drinne. Jetzt kann ich mir den kaufen. Ach, nichts. Oh, wie geil. Oh, wow, soll ich mir kaufen? Nee, ich bin leider voll. Sonst hätte ich das echt gemacht. Ja, wow, das ist wichtig. Ah, ich kann. Ich hol mir die ohne. In den Slot zu meinem Inventar weg. Hat er mir gerade meinen Stock gebracht? Geh, ne Ahnung. Du bist so ein Arsch. Ich hab den nicht bekommen. Ich auch nicht. Den ohne. Das war schlau. Er hat meinen Schuh unterbrochen. Was für ein Schuh hin. Das ist eine Frau. Was, was, du, du, du. Ich hab den nicht gemacht. Ach, ach. Ach. Ich hab den nicht gemacht. Alles tut voll. Nee. Versucht mich anzugreifen. alter ist das kotzen oma ich habe die nicht gemutet so hallo bei der rune das war das war der erste first blatt war ich glaube der weiß dass ich im jungle bin oder ohne aua tut der übelst weh ich sterbe na 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 ok komm mal ja ich hatte fast gekehrt war der dietas ist nicht lange das sind alles meine dinge Ich bin vorbei. Was eine Arai macht, boah. Wegen dir. Ich würde mal anfangen zu junglen. Aber im falschen Jungle. An dir habe ich vor, Dark Souls 2 aufzunehmen. Kannst du nicht mal Dark Souls 1 aufnehmen. Die würde ich auch schon machen. Nee, Dark Souls 1 ist so ein Problemfall. Aber Dark Souls 2 kann ich hundertprozentig spielen. Na, hoffentlich. Kannst du aufnehmen dann. Aber blind und so. Ja, deswegen ja. Jetzt kann ich Phasenboot aktivieren. Die Windrater haben wir nicht jetzt. Achso. Das ist schon wieder. Das ist dumm. Ich mein Idiot. Bäh. Oh, Kunkka. Kunkka Taste. Das ist echt kacke. Achso. Ah, ich wollte den Stil. Oh, na klasse. Oh, ich habe einen Ulti, Mann. Das ist echt cool. Nimm mal einen guten. Natur, wir sind uns. Das ist nicht so geil. Die waren vorher nicht so viele. Oh, hallo. Na, ihr Nudeln. Hast du das schon wieder gemacht? Ach nein, ihr wisst nicht. Ich bin nur, ich dachte, die wären unter mir. Ich kann halt mein Ulti aktivieren. Schlecht ist, die können alle beide abhauen, wenn ich ihn aktiviere. Ja, da bist du kein Stun, Mann. Ja, damit könnte er nicht dienen. Oh, hallo. Na? Mann, das ist ein Wichser. Wollte ich's machen. Ein Ulti kann ich so geil einfach machen. Hast du das denn Ulti und so? Ja, schon lange. Ich habe so einen dicken. Oh, bobo. Oh, okay. Cool. Ich snack mir nur noch schnell die Rune. Oh. Das war ein Fehler, als ich den nehme. Oh, hallo, Kunker. Du machst jetzt Kunker oder was? Ich mache jetzt Kunker, Alter. Ich bin alleine, ja. Nur so zu irgendwo. Ich habe mich gewaschen. Das hast du so gemacht. Nee, weil, was macht denn? Mein Schuh aktiviert sich gleich. Bei dem mache ich jetzt gleich meine Eins rein und dann mache ich mein Ulti. Achso. Oh. Bei wem? Alipide. Alipide. Ich mache für den Rinnen in 10 Sekunden. Alter, Windranger. Der Ene portet sich weg. Ich bin so ein Idiot. Ja. Nein. Nein, ich habe ihn getötet. Danke, dass ich dabei gestorben bin. Die sind einfach stehen geblieben. Ich weiß. Ching, ching. Ja, geht die... Ah, der war unsiebbar. Das ist natürlich kacke. Nein, 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 nein. Er ist tot. Sicher? Komm her, komm, komm weiter zu mir. Er kriegt mich nicht mehr. Doch, durch die Creeps. Dafür machst du den Wollte dich mit meinen Dingen ins Ja, ich wollte auch weiterlaufen Weil ich so oder so gestorben wäre Meine Eins war leider nicht ready Ich habe manchmal überlegt, ob ich so einfach Meine Drei nach hinten mache Dann wäre er tot gewesen Warum hat einen diesen Waschen verkackt? Ich finde es dann gerade ausgelaufen Er war so links neben mir Idiot Also ich werde glaube ich meine Tasten nie ändern Weil die von Anfang an so waren Wenn ich die glaube ich jetzt einmal ändere Dann ist gleich alle für den Arsch Oh ja, du kannst nie wieder Dodo spielen Was ist denn jetzt das Grafiktablet für Oso umgestellt hast? Was man für zwei Monate braucht oder so? Ey, das war mir jetzt schlimm Nur wegen dir Ja, du bist so Ja, du bist so Mein Ulti ist dann wieder ready Ich kaufe mir einen Radiance irgendwann Wenn ich das im Trigger Dann bin ich übelst stark Mit meinem Ulti Ich weiß was ich mir noch hole Ich kaufe mir noch den Forstdorf Aber dann mache ich mein Ulti Und schieb den Gegner weg Schon mache ich mehr schauen Jetzt sieht er das glaube ich nicht Er sieht das wirklich glaube ich nicht Wo ist denn der? Jetzt hätte ich mein Ulti aktivieren können Da ist er doch Ah, ich mache jetzt mein Ulti auf den Weil er sich schon geportet hat Außer er hat das Ding auf Maximum Dann kann ich es lassen Ja, fünf Sekunden Ah ne, ich lasse es lieber Ja, lass es lieber Guck mal mein 1 an Was voll? Eine Sekunde Ne, siehst du da Diesen schwarzen Strich So in der Mitte oben so Ja? So viel hätte es noch gebraucht Da habe ich es schon fast gedrückt Oh, ich bin jetzt Knack Ich spiele Knack Ich spiele Knack Er hat wandert Er hat den Fuß Wie kann Kunkka immer wieder rausfliegen? Ah, die haben halt Russen im Internet Da wartest du Ah, das ist echt schlimm Ghost fühlt sich wahrscheinlich heute verarscht Warten, der ist noch unverarscht Ach stimmt Wie könnt ihr nur? Ah, lasst mal skypen Ah, Schiss Idiot! Du wirst es nie angucken Ich weiß, Ghost Wartend Wir warten auf Kunkka und mach aaa 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 aaa, mach ich auch Baby. Das ist immer wieder meine Reaktion, was auch. Wie ist der Arsch. Ich habe unsere sieben Kills. Ah, ah, mit Cock. Ich habe unsere sieben Kills gerade für einen gehalten. Oh, ich habe 1-1-1 zwar. Du hast 1-1-2. Nein, 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 nein. Ich will sie gern, worüber sie sich unterhalten. Ich glaube, japanisch ist besser. Oh, japanisch ist viel cooler. Wie sie klammern. Hauptsache ich komme aus Land. Cool. Coca-Cola. Ja, cool, den lasst ich doch noch. Die habe ich um den Tommy drückt. Sicher? Nein, den schaffst du nicht mehr. Der hat 16 Leben. Und einen Feuerball ranzoomen. Der will gerade zuschlagen, der eine. Der macht 22 Chancen. Und der hat 0 Rüstung. Das ist toll. Wir haben jetzt die overpowereden Viecher. Genau. Warum ist das der Kacke? Weil die Nahkämpfer sind. Achso, das Fernkampf. Der üßt Nahkampfer aus. Nee, dann schaffe ich den nicht. Guck mal, ich gucke so aus dem Turm hin. Der üßt nach rechts, ich spuckt. Dann kriegst du noch? Ja! 51 Gold. Boah. Nein. Ich glaube, dass ich das nicht, wenn ich das wirklich so mache. Also... Lass mal heilen mit meinen Schuhen. Du musst mal pushen. Ich war mir mit Kisnesimsen. Ich hab grad den Drang nach oben zu gehen. Und die da alles zu zerstören mit meinem Ulti. Ich hab den Drang nach oben zu gehen. Du weißt, was mich Jens alleine lässt jetzt, ja. Äh. Du weißt, was das Jens schön arschig von dir ist. Ich geh einfach weg. Ich geh in den Köker. Jetzt... ...leine... Hier ist die. Wovon? Wovon, Wovon, Jettel! Ja, die war gerade oben. So. Äh, sterben gerade. Na, guck mal, sieg denn da noch. Ich werde fast nicht sterben gerade, ja. Oh, Lykan! Aua. Fuck, ich bin tot. Ha, er kann mich nicht angreifen. Er auch nicht. Ja, ich... Okay, ich wurde zum ersten Mal gerade getroffen. Selbst mit deinem Multi? Ja. Er greift nicht den schnellen noch an. Tschüss, Lykan! Wat? das ist einfach so ein Cheater das ist was du bist Witzigkeit hier macht, dann mach ich auch mal ja wieso? Einfach mit Homen laufen ja, hier oben vor allem, ich hab so übisse Angst ich merke immer wieder wie er stehen bleibt was ist nicht los und so ich fühl's cool 4 sind nur oben, Alter Alter! Alter Ah, der hat Dabi Damage, Mann Glück, er lebt wieder Ah, hier ist Kunker Hey, kommst du dir her Ah, ich wurde gewaschen Er kann mich nicht schlagen Scheiße Ah, der fliegt wieder raus Jetzt sah ich mir jetzt so aus, dass man wieder rausfliegt Ja Oh, Hauptsache, ich bleib stehen Hahh Ein Stück Kot 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 zwei ness Kot zwei Kot-Naz Kot-Naz B�� dein Kotres ich habe mich auf die Säge und wie schlecht die mich vernichtet der Kofferlein mein Mann hat Prozent 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 und kann ich auch vor allem auf den Zwiegelt die in aller auf mich machen wollten Prozent Prozent ich habe nur die er könnte nicht in die Säule nehmen mit denen das immer den Jungen waschen in den Jungen Oh, nein, ich wollte meinen Ulti aktivieren. Komm ab. Die können mich wirklich angreifen. Ah, kacke, er wascht mich. Aber, scheiße. Extra den Ulti. Sie wissen, wie... Ja, die brauchen drei Leute für mich. Oh. Ah, nein, ich bin ja gleich. Oh, Boxen. Den chatterst du ohnehin, ne? Ja, den chatter ich mal an. So gut wie immer. Er ist tot. Er tut mir sein Ulti. Hä, eigentlich müsste er doch hier aufziehen. Wahrscheinlich ist er nur übelst scheiße. Eigentlich ist er übelst stark. Er ist sowas von einem Arsch. Sie müssen nicht, er macht sich grad leben. Jetzt kommt noch Viper. Hallo. Wäre geil, wenn er sich so porten könnte und dann schießt sich so auf ihn und dann folgt er ihn bis zur Basis und f-stopp instant. Ey, das geht, ja? Wirklich? Ja, da fliegt ja ne Kurve. Das geht wirklich. Wenn er sich grade portet? Das geht auch mit, äh... Ja, ja. Das ist halt ein globaler... Nennt sich das irgendwie. Ein global Angriff. So ein Fail halt. Hauptsache, die verpissen sich. Oh nein. Wir stoben. Wacht schon? Ja. Das ist grad erst hin. Ja, die haben mich getötet einfach. Oh, wir rennen nicht weg. Ich glaub, der ist unsichtbar. Ich bin halt... ...sechs Schläge, Mann. Solltest du vielleicht auch den Ulti machen, wenn du am Sterben bist. Nee, der ist bei Nubisch. Nee, ich muss ja mal meinen Ulti machen, wenn ganz viele da sind. Also, von uns. Dann konzentrieren sie sich nicht auf mich. Sonst sterben die. Ah, du bist tot! Oh Gott! Rennen mal! Nö, 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 nö! Komm mal her und so. Nö, nö, nö. Achso. Easy! Wie ist das Glück, der zu mir kommt? Ich hab irgendwie Angst. Oder? Nützt nicht. Das Lykan. Lange hält sein Ulti noch? Er ist vorbei. Nö, 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 nö. Oh, der Lykan ist tot. Fuck. Wir machen die Mitte. Und wenn einer oben ist und zwei unten, naja, ist der Tom alleine hier. Dann machen wir den Tom jetzt. Äh, helft mir mal. Ja, du kannst nicht sterben. Ja, wir machen gerade den Tom. Ich mag den Tom anscheinend jetzt so. Fuck you, Tom. Ja. Er ist wieder raufhin. Ja, wir helfen dir. Ja, er wird kaum. Oh, ich rande da weg. Ich weiß nicht, wo der hat noch Haste. Hatte der Haste? Ich weiß es nicht. Das wäre ja echt schön dumm von dem gewesen. Guck mal her, dann heile ich dich. Nö, nö, ich hab selbst. Die, die ihn irgendwie so anlasern. Dann sieht er es nicht und kriegt einfach Damage. Wenn einer kommt. Was ich nicht denke. Oh, hallo. Hi, wie fast. Du konntest nicht abbrechen. Ah, die Match ist tot. Ah, ich bin nicht sterben, Alter. Ich bin echt dumm, war. Ich hätte ja auch nur ein gewisses Ranged. Ich weiß nicht, was du deaktivierst. Das ist einer so unglaublich stark. Das ist einer so unglaublich stark. Soll ich mal Roshan versuchen? Mit der Multi könnt ihr es schaffen. Nur wenn du weg bist. Aber geht leider nicht, weil du dieses Areal betreten musst. Hm. Wer ist hellblau? Ah, scheiße, die hätten die nicht. Oh nein, ich wurde gewaschen. Dafür hat der Mano aus ihm. Der war ja nicht schön dumm, der Kunko. Hast du es gesehen? Äh, ja. Der war ja nicht schön scheiße. Der war ja mehr als scheiße. Hier, die haben wir jetzt weggeweren. Doch meinst du immer? Da ist der Pfeil gewesen. Ich konnte einfach nichts machen. Das ist ein Alar, wenn ich da reinlaufe. Die muss natürlich festgehalten. Die ist tot. Naja. Ich geh weg. Oh, hat so wenig Leben, ja. Ja. Anti-Mage. Wer macht das noch? Was ist denn der für ein... Mach nicht! Jetzt hast du dich auch getötet. Er übelst nicht. Doch, erwäsch dich einmal. Der hat dich gewaschen. Oh, 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 oh. Du bist wieder voll. Oh, 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 oh. Deswegen, also umbringen will ich das nicht nennen. Oh, 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 oh. Er war ja provozierend. Ja, oh. War der jetzt? Oh, ich kann mir ein Ulti darin machen. Ich hab ihn nicht bekommen. Also muss er hier irgendwo stehen, oder was? Ich hab ihn nicht verstanden, oder was? Ich hab ihn nicht verstanden. Ich hab ihn nicht verstanden. Oh, oh. Oh, oh. Na klar. Es ist ein Tag. Das war cool So ein Stila Ah, das ist eine Nutte Ah, ah, was? Ja, guck mal, wir haben gewonnen Weil es heilen die doch schon etwas mehr Oh ja Du bist ein Cheater Ja, gerade so Ey, meine Dinger waren eine Überscharn Achso, mit Argan im Zepter erhöht sich so die Zauberreichweite von meinem Ding Plus 190 Ähm, das hier weg Und so mal, zu irgendwo Was? Achso, ja Hast gelb? Nee, ich will nicht gelb machen Oh Der will mich töten, schafft es aber nicht Ah, der stimmt knapp Ah, das mal angehen, na Der schafft das eh nicht Ah Nein Ah, mein Junge Das ist voll Die Finger sind einfach mal scheiße mächtig Aber gar nicht im Zepter Natürlich Immer ich Immer ich Immer du Mh, mh Ich schalte jetzt einfach mal in Ulti um Jetzt verpiss ich mich Ah Ah Oh, oh Ne, das läuft nicht klar Dann glaube ich tot Ah, ja Ah Oh, dein Heilen Oh, dein Heilen Der Heilen, rettet dir grad den Arsch Aber mal so übelst Uh Was tust du Nichts Ah, nochmal Ah Der Pfeil Oh, das ist ja Sonst Äh Ich kann sie bei Dark Souls Da merkt man den Unterschied Hier eigentlich auch Auch Ja Mh 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 grüßte main incoming jungle coming soon neues geht die ohne ist wichtig noch neun aufladen noch nie noch nie ich hatte fast überlegt einen fehler zu machen welche mir in ihr kaufe kann ich mein ulti nicht mehr nutzen das war jetzt einmalig an das effekt und bei mann und steht lässt sich nicht immer bin mit anderen einmaligen dingern einsetzen bei mir ja schon was Naja, bedingen, ob die wird. Das ist schon dumm von mir. Oh, genau auf mich. Also natürlich wird immer ich gewaschen. Oh, der hätte die Jura erwischt eigentlich. Oh Mann, warum musst du rennen? Oh, ich bin Swiper. Lick. Ich verkaufe mir einen Herzenstock. Yeah, Sacred Relict. Oh Mann. Ja, ja, Rains. Warte mir, mach ich mir nicht mehr, wie viel kostet das Rezept? Oh Mann. Nicht mehr viel. Du musst auch auf das Rezept drücken, ne? Ja, hab ich ja gemacht. Ah, nee, nee, auf das fertige Ding musst du drücken und dann steht er da. Manchmal auch nicht, man schoss irgendwie abackt bei mir. Oh, du bist tot. Nee, Swiper. Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir. einfach ungegeben, ne? Oh, nee. Ich bin so oder so tot. Scheiße. Ich hab dafür jetzt so hinausgezögert, dass man... Was? War da von einer der richtige? Oh, schon. Üts. Wenn der... Keine... Nee. Das ist der richtige, ne? Ich hab 6, 6. Noch ist das die gute. Äh. Du hast 11, 5. Noch ist das besser auch. Äh. Ist der gerade irgendwie behindert? Wenn er auf dich hieß? Nein, geh auf mich. Auf mich. Geh weiter weg. Ja, sowieso. Äh. 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 Wenn er geflogen wäre, wenn man da nicht dodgen kann. Ich weiß nicht. Ja, da kann man dodgen, aber... Äh, ich weiß einfach, dass mit Porting kein Dodgen ist. Es fliegt zu dem Typen hinten. Ich muss wieder ein Snap-Aschuss. Ne, ich... Ich... Genau... Es dodged, okay. Fucker. Das ist wahrscheinlich noch so ein Blink-Dagger. Kann man jetzt dodgen, aber nicht. Braucht er 900. Ja, jetzt dran. Ja, sowas von dem Arsch. Oh, ja. Ha! Nein! Hä? Äh. Ich wurde auf einen Pfeil getroffen. Äh. Das war noch lange. Oh. Mein Lapper. Puh. Ich verstehe nie, wann jemand zweimal runterkommt. Äh. Äh. Jedes Mal. Einmal noch zufällig. Hm. Oh, der ist so weit im Arsch eben. Hat mir so einen großen Fehler gemacht. Wie gesagt, die geht doch nicht. Hä? Hä? So. Da lohnt sich mal drum. Mh. Du 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 du. Mh. Tuck. Da war der Pfeil. Höh. Höh. Oben. Boah. Jetzt geh ich weg. Ich konnte mich schon wieder nicht unterbrechen. Von Gott. Oh, der war ja so stark. Bisschen nervös. Und ich war nie da. Ich bin sowas von einem Arsch. Mann, das kann doch nicht sein. Ich wollte das so hinter den Bäumen machen, dass die noch ein bisschen ausgeht. Das hat auch nicht geklappt. Jetzt werde ich kacke. Fuck. Warum ist der so schnell? Was, jetzt wirst du kacke? Wieso? Ja, wir sind irgendwie, werde ich halt kacke. Ich kann ja das Spiel schon geil. Oh, bitte nicht. Danke. Oh, ich hätte mir Bloodstone holen müssen. Statt den Hyperstone, die Rüstung. Das willst du doch mal nie machen. Wegen Angriffs der Mord. Nee, 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 nee. Das hört sich aus. Das hört sich aus. Ach so. Das gibt nur eine Aura an alle. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch unglaublich wenig Leben. 1600. Ich habe 1500. Ich bin Level 20. Ich habe euch wirklich... Und das ist... Dumm. Gott, dasst... Nee, nicht deswegen. Ja, wegen, äh, Mirana. Das ist verständlich. Ja, jetzt die sind unsichtbar. Ich hab die in die Wand. Boah, wie ist der Allo-Fwiper-Jansen. Die nehmen sich jetzt wahrscheinlich jeden Einzelnen vor. Ich hab das auch nicht noch unsichtbar. Und Pink macht den Fehler und geht irgendwo lang. Ja, die sind mir sichtbar, ok. Ja, da ist ein Klasse. Wir sind ranger. Da ist ein Gelb. Ja, das ist toll. Fuck. Fuck, der Pfeil. Okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Geht natürlich auch Aline lang. Was? Geht natürlich auch Aline lang. Ja, ich weiß. Bin doch der Beste, oder? Wir können das Tod gleich durch Creep sein, der ist ein Naiz. Ah, wir haben den fast immer. Ah, der hat doch Lebens drauf. Ne, ich warte vier Sekunden wegen der Rune. Äh, äh. Du bist ja richtig nah dran, wa? Ja, ich weiß. Ich fahre das Nesse seit immer. Mach Lücken. Fuck. Oh, ja, mach Lücken. Bringt nichts. Wieso das bloß halten? Okay, jetzt nicht mehr. Haben wir auf Linger Kunker gemacht? Nee, ich müsste mir nie Treppen hochgehen. Ja, wie ist er einfach nie? Ich glaube, er hat schon Horrorgeschichten erzählt, ne? Und der nur eine. Der geht in die Treppe hoch. Wartest du, da ist er extra. Ah, soll ich den machen? Ah, es sind alle da. Und die sehen dich schon, weil die Treppen runtergucken können. Tactical Treppen. Und unten ist Orange. Einer muss Orange aufhalten. Wow. Küsst du mir eine Scheiße? Wieso? 1,8. Alles normal so. Wie ist 1,8? Glühkant hat 2,9, ja? Was? Na ja, bin doch die ganze Zeit gekillt, immer wenn er mich versucht hat. Leg dich nicht mit einem Jungle Creep an. Meine Ohne nicht verkaufen. Wichtig. Mein Lebenselixier. Ich brauche nur noch 150. Also, viel sterbe. Ah ne, ich brauche das. Ich habe gar nicht überlebt. Übelst, warum geht da nicht auf Viper rauf? Erstmal in Arnus. Ich würde eher sagen, das wäre so ein Fukushima X. Ja, mit drei Armen. Ich brauche unbedingt jeden verfickten Creep, der hier ist. Ich bin tot. Dankeschön. Wir haben nur Kunker mitgerissen. Wie ist denn, wir haben jetzt einfach nur noch Alarm? Ach, wirklich? Ja. Wegen sind wir an Tom mitgerissen und Kunker. Die haben uns zwei weggerissen. War das ja wohl schlimmer? Da ist schon wieder Lüge an. Ach, du bist Grün. Nur ein Glaser. Angst vor mir. Ne, 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 pass auf, die kommen gleich alle wahrscheinlich. Nicht. Äh, oh. Was, Radiance? Was, Radiance? Das ist ja Double Damage Aura, wa? Ja, wenn ich es aktiviere mal. Ich könnte eigentlich erwarten, dass du es aktivierst. Oh, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Oh! Ja, eine Sekunde, weißt du. Oh. Alle. Oh, der ist in der Karte. Oh, der hat sich hingeportet. Tom, Kaka, Kamp. Der ist tot, der Turm. Du hast noch einmal getroffen, dann wäre er tot gewesen. Ja, ich weiß. In der Reichweite. Jetzt wird zurückgeschlagen, ihr fucker. Ich verteidige jetzt wahrscheinlich nur. Und ich kann es auch schauen. Alter, alle zu teure Items. Wahrscheinlich lebt noch nicht. Ja, Mama, ja. Ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama. Mama, ja. Äh, ich meine, dieser Radius von mir, doch nicht so. Wenn ich wer die echte ist, also. Hallo. Hallo, echte. Ah, scheiße. Da rennt uns auch noch einer. Ja, ich habe mich nicht mehr nur sagen können. Ja, der sich noch dahin importet. Komm, 800 gehört nicht. Deswegen kommt, auch wenn er 707 steht. Ja, mit Zinsen. Ja. Ja, aber wenn man überreist. 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 Ja, ich habe mich nicht mehr. Ja, das war cool. Ja, das war witzig. Ich habe keinen Charakter verloren. Ja, ich habe keinen Charakter verloren. Oh, ich habe nur alle mit ihm schon durchgemacht. Ja. Ja. All right, den wird cool, den wird stark geworden. Stark. da gab mit 50 Schaden pro Sekunde nach unten wenn wir seine Sekunde mit dem Militär denn durch die Matronaktion pro Sekunde den Standort 50 Schaden pro Sekunde das ist die Idee wer auch noch so wenig hält wenn sie sich mit Scheiße bringt Nein, den will ich noch kriegen. Nur durch die Aura. Könntest du ja kriegen. Ah, der hat noch erwischt. Sensenmann Tod. So ein schlichter Name. So ein Ghost-Name. Die Radiantstrukturen sind fortisiert. Ah, die sind alle tot! Ja, dann push ich oben, Mann. Da war das Lykanisch-Sturm, der war hier vorne oben noch. Was für Deutsch. Der ist gerade unten verrückt. Hier vorne oben noch. Ja, 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 ja. Ja, kurz noch mehr. Ah, wir haben einen Warwick gegerissen. Das ist gut. Oh, was schade. Willst du machen? Nein. Oh, nein. Das war ein Warwick. Das ist noch. Wuuuuh. Mein Ulti ist alle. Wie schnell der Andere ist. Ich habe dich angerichtet. Ah, du. Ich. Ich, 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 ich. Ich. Sonst. Können wir einen anderen helfen und so? Der hat alle mit einem Schlag getötet. Woffling? Nein, Kunkor mit Zermessi in Schwert. Da waren einfach so viele. Ich glaube, die viel Geld bekommen. Ich glaube, 500 oder so. Oh, oh. Ist nicht so cool. Ist nicht so cool. Was soll ich die Schaften? Na klar. Ich bin Level 23. Likan, du bist im Arsch. Hoffe ich. Likan ist tot. Aber übelst easy. Level 24. Level 20. Wenigstens etwas. Ja, 200.000. Und mich erst mal rankommen und so. Jetzt fällt das da Aegis, was ich wahrscheinlich die verwenden werde. Na, der wohl wenigstens nicht macht. Also nicht nüchern, wenn man so einen Chess kriegt. Ja. Genau, Christian, du bist ganz zufällig hier. Christian, du gehst weg. Ich gehst weg. Ich glaube, ich verkaufe meine Urne, damit ich mir was Neues kaufen kann. Oh, ne. Was ist das denn mit der Nucken? Das sind drei. Achso. Das sind mit der Hände schon viel Leben. Schau ich mir niemals. Mit der Anstallung sowieso nicht. Der wird sich machen. Null. Obwohl er steht, dass ich was für eine Schadenbruch schlag mache. Allgemeine Lüge und so. Aber dann greif ich mal nochmal an. Ja, stimmt. Oh, fliegen. Oh, zwei, drei. Dann bin ich tot. Lücken ist auch. Lücken. Lücken ist irgendwie mein Opfer. Nur weil der so einfach ist. Oh, was ist denn das? Regeneration. Ne, Lücken. Oh, ja? Ne. Oh, der kommt genau in deiner Armee laufen. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad bekommen deswegen schon die zeit ich weiß nicht was ich mir machen soll und ich habe keinen platz im inventar ich glaube ich habe mich jetzt mit des weg ist nicht alarm ich jetzt damit die tod sind ich habe wieder die lieber weg du bist so tot ja ich weiß alle sind tot ich muss fast 100 sekunden warten du musstest 100 sekunden warten ja das ist echt scheiße war ich bin nicht besser größte main können reisen weil wir verlieren jetzt wegen dem scheiß das sich töten eigentlich ja nicht jetzt kann ich die mitte vergessen jetzt aber gleich nämlich nur drei christen mason christen mason jetzt haben wir nämlich mit der auch verloren ist das nicht toll sie ist tot ist er nicht er war kurz aktiviert das war gut johann hat so schnell wie 25 ja wir sind jetzt versorgt es ist anscheinend nur wenn man wenig geld noch brauchen ich brauche noch 5000 geld für dieses item das ist viel oh was ist denn da oben los action action man dort und überall sie sind für dich da wenn du sie brauchst das sind die action man den der saft bringt ihnen kauft samt euer lacht er ist mir gerade eingefallen aber über das chor ich bin nicht in den tod ich soll mich nur schauen alle fehlen wisst nicht ich habe ihn vorerst gemacht Ja, boah, fast verschwunden wir. Wir gehen gerade alle um. Und du bist nicht dabei. Ja, weil ich junglen muss. Wehe. Wir geben keinem Item. Fuck! Fuck! Ja, da ist er. Guck mal. Das ist jetzt auf der Karte. Die machen sich nämlich alle verbreitet. Hier sind sie nämlich. Wenn wir jetzt zu sterben. Ah, verloren. Oh, so die pushen echt scheiße. Will der da? Ne, ist er nicht. Ich mach hier so einen Angriffstemper vorhin übelst runter. Das ist schon mal eine Sache, die gut ist. Oh, das Boot hat er drauf. Oh, das ist schon mal. Ja! 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 Guck, ob wir das machen. Guck, ob wir das wollen. Guck, ob wir das wollen. Oh! Mich reißt du mit? Doch, nicht. Danke. Oh, das läuft. Oh, wir haben alle gemacht. Na, klasse. Sind einfach alle tot. Wir haben gewonnen. Wenn wir jetzt nicht so dumm sind. Kann man ja auch nicht. Wenn wir jetzt nicht so dumm sind. Wir werden dann wahrscheinlich noch verkacken. Kann man ja auch nicht. Wir haben gewonnen. Gummalt. Hahahaha. Ah. Pusher gegen Bashen und so. Hhhhh. Ich bin negativ. Wohin ich nicht. Oh, das ist eine Gonke. Ich meine, ich meine. Toll. Toll. Der Enchantor ist fertig. Fertig. Ich küsse die Maiden, wenn ich ganz... Seinen Sau. So, so. Oh nein, ich habe jetzt Puzzleback, ja. Warte mal, wie ich das auch habe. Aber ich will mich ausweilern. Sag mal, bevor ich drücke. Oh, geil, wie habe ich denn? Oh, Morphling. Toll. Noch ein Spiel, oder? Nee, es ist ein Spiel, jetzt irgendwie.